Ribery nimmt Lauftraining auf Der französische Ex-Nationalspieler Frank Ribery hat beim deutschen Fußballmeister Bayern München am Montag das Lauftraining nach erlittenem Muskelfaserriss wieder aufgenommen. Jedenfalls am normalerweise trainingsfreien Montag war Arjen Robben auf dem Platz an der Säbener Straße. Der Niederländer, der zuletzt über Oberschenkelprobleme klagte, absolvierte ein individuelles Programm mit Lauf- und Passübungen sowie Tempowechsel. . Trainer Niko Kovac hatte den Bayern-Profis nach dem 3-1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag zwei Tage Pause gegönnt. Erst am Dienstag steht nächste offizielle Einheit auf dem Programm.